Also, sind wir gerade live on stage gerade? Okay. Jo, meine Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen bei den XRP Bros. Neuer Tag, neue News, XRP News, wieder mal heftige News, Leute. Wie soll es auch anders sein? Wir haben einige News, wir reden, wie die Handelskammer eventuell Whipple helfen könnte, XRP helfen könnte, aus der Klage nun mal rauszukommen. Und wir reden unter anderem über andere XRP, Whipple News und ETH. Ethereum hat auf jeden Fall eine Nachricht und wird eventuell von der SECT jetzt angeklagt als Wertpapier. Und für mich und für uns XRP Deutschland heißt es eventuell, wir wechseln langsam mal die Position, Leute. Wenn die Klage vorbei ist, aber darüber reden wir gleich. Leute, um uns zwei und vor allem XRP Deutschland zu unterstützen, würde ich einfach mal sagen, für alle OGs von euch einfach mal auf Gefällt mir drücken und wenn ihr neu seid, dürft ihr gerne ein kostenloses Abo dalassen. In diesem Sinne, rein in die Olga. SEC vs. Whipple XRP. Anwälte klären, wie die Handelskammer eventuell Whipple und XRP helfen wird. So sagt der Anwalt, dass der Zweck der Kammer drin besteht, dem Gericht die Vorstellung zu vermitteln, dass die digitalen Assets und die Transaktionen mit ihm zwei getrennte Einheiten sind. Die Annahme der Klarstellung, dass Whipple-Transaktionen mit XRP und die unabhängige Zirkulation von XRP nicht dasselbe sind. Hätte den Präzedenzwahl verhindert, indem er Kryptowährungshandel auf den Sekundärmarkt zum Wertpapierhandel wird, sagt der Anwalt. Zur gleichen Zeit, so der Experte, werden die Kammer und die Kryptoindustrie ein positives Ergebnis erzielen. Auch wenn das Gericht anerkennt, dass Whipple-Verkäufe Investitionsverträge waren und daher XRP in diesem speziellen Fall eine Sicherheit darstellt, wenn zumindest in Notwendigkeit von zwei getrennten Untersuchungen anerkannt wird. Also bin ich jetzt gespannt, wie es weiterläuft. Nochmal zusammenfassend stellt der Anwalt fest, dass die Beteiligung der Handelskammer an dem Fall weder gut noch schlecht für Whipple oder XRP ist. Aber im Hinblick auf das weitere Funktionären im Kryptoindustrie sinnvoll ist. Also sehe ich auf jeden Fall auch so. Sehr interessant auf jeden Fall, was da jetzt weitergeht und bin ich gespannt, wie es jetzt fortschreitet. Ich bin auch gespannt und ich warte immer noch Leute auf die E-Mails und ich weiß immer noch nicht, was in den E-Mails drin ist. Und ich bin der Meinung, die E-Mails sind eventuell oder sind der Schlüssel, um das Verfahren sofort zu beenden und sofort zu gewinnen. Denn wir haben es schon oft gemacht und wir machen es einfach nochmal. Was denkt ihr, was sind in den E-Mails drin? Wieso werden die E-Mails zurückgehalten? Das sind so Fragen, die frage ich mich die ganze Zeit. Und abends, Luis, ich habe schon schlaflose Nächte. Ich habe schon schlaflose Nächte, weil ich wissen will, was da drin steht. Das macht mich irgendwie crazy gerade. Der Whipple Generalcancel kritisiert die jüngste Aussage des SEC-Vorsitzenden und sagt, kennt er wirklich das Gesetz? So, der Generalcancel des führenden Blockchain-Unternehmens gab dies heute in einem Tweet bekannt und sagte, er könnte nicht herausfinden, warum Gensler den Test des obersten Gerichtshofs falsch dargestellt hat. Er fragte sich, ob Gensler den Test absichtlich falsch darstellte oder ob die Fehlinterpretation zurückzuführen war, dass der SEC-Vorsitzende das Gesetz nicht verstand. Aber der Wolti stellte seinen Anhängern eine Frage, um festzustellen, welches der Szenarien schlimmer sein könnte. Also ist er einfach zu dumm oder macht er es halt einfach extra? Das ist jetzt natürlich die Frage. Das Ding ist ja, Gary Gensler ist ja gar nicht unser Freund, das wisst ihr alle. Und Gary Gensler ist immer schon so irgendwie eine Person gewesen, die wir gar nicht sympathisch finden. Aber eventuell, Luis, den Gary brauchst du nicht langsam abstempeln, weil wenn der Gary jetzt langsam ETH anklagt, und wir könnten eventuell wirklich die Plätze so irgendwie tauschen und dass wir, sag ich mal, wieder mal auf Podest sind, dann kann ich mir vorstellen, dass der Gary Gensler vielleicht doch unser Freund wird. Und das Foto, was wir hier an der Wand noch aufhängen wollen, weil wir Tomaten schmeißen wollten, könnte eventuell doch an deinem Arm hier landen. Und vielleicht lässt du dir doch ein Tattoo von Gary Gensler stechen. So, jetzt haben wir eine gute News. Und zwar der XRP Ledger wird wieder auf Kurs, um NFTs als XLS20-Vorschlag zu starten und für die Community-Überprüfung geöffnet. Also wie die meisten mitbekommen haben, haben wir auch im Video extra darüber berichtet. Der XLS20-Standard, der sollte eingeführt werden und die Validatoren haben darüber abgestimmt. Es wurde auch erst positiv abgestimmt, dann wurde aber in dem Code, sag ich mal, ein Fehler gefunden. Und es muss ja eine gewisse Zeit, sag ich mal, die Abstimmung aufrechterhalten werden. Und da die dann unter 80 Prozent sind, die, glaube ich, auf 51 Prozent runtergerastet, natürlich, klar. Weil die natürlich wollen, dass das erst alles behoben wird, bevor das eingeführt wird, damit es halt erst richtig läuft. Und jetzt haben die den Fehler gefunden, haben es behoben und jetzt starten die natürlich wieder die neuen Validatorenumfragen, sag ich mal. Und dann bin ich gespannt, dann wird das wieder geöffnet und ja, es wird auf jeden Fall gut werden. Ich kann mir vorstellen, dass der David Schwarz jetzt eine Nachtschicht hinter sich hat, ein paar Nachtschichten, hat genug Energy getrunken und ja, hat den Fehler eventuell gefunden. Es finde ich auf jeden Fall sehr geil, dass Whipple und der XAPL einfach nur Perfektionisten sein wollen und einfach jeden Fehler aus dem Weg räumen wollen. Andere Blockchain-Unternehmen oder Kryptowährungen hätten jetzt gesagt, ach wir starten einfach mal und da gucken wir. Aber bei Whipple gibt es sowas nicht und XAPL wird auf jeden Fall das perfekte Produkt irgendwann mal sein. Und hier haben wir ein Zitat von Brad Garlinghouse. Wir sind das führende Blockchain-Unternehmen für Unternehmen. Punkt, Punkt. Whipple ist in einer Position, die ich mit Amazon um 1997 vergleiche. Bücher sind grenzüberschreitende Zahlungen für Whipple. Wir wissen ja, Amazon hat vorher quasi mit Amazon Books angefangen und ist jetzt quasi ein Riesen-Weltkonzern und ist nicht mehr wegzudenken. Und das hat Brad Garlinghouse damals schon gesagt und er sagt es natürlich wieder, wir sind jetzt gerade Amazon Books und werden quasi Amazon werden. Und das bin ich auf jeden Fall zu 100% von überzeugt. Ich bin auch davon überzeugt, auf jeden Fall. Und das ist ein richtig geiler Vergleich. Leute, wir sind noch ganz, ganz am Anfang. Das sagen wir immer wieder, dass wir ganz am Anfang sind. Und hier, der Brad ist auch der Meinung, dass wir ganz am Anfang sind. Und ich kann mir vorstellen, dass das wieder mal eine Message ist von dem Brad, dass wir in den Startlöchern stehen. Und es ist bald losgehen könnte und losgehen wird. Wir müssen einfach nur Geduld haben, Leute. Wir müssen Geduld haben. Ich weiß, ihr seid alle genervt. Es kommen immer wieder Nachrichten. Warum das? Wieso das? Wieso dies, das, jenes? Leute, wir sind noch ganz am Anfang, okay? Es geht bald los. Es geht bald los in diesem Sinne. Wir müssen noch ein bisschen Geduld haben. Ich bin der Meinung, klar, bei Ripple, wir werden natürlich einen Push kriegen nach der Klage und wenn alles losgeht. Aber allgemein in den Kryptomarkt, das dauert noch ein bisschen. So, jetzt haben wir eine sehr, sehr krasse Nachricht. Ich meine, die meisten haben mitbekommen, also den Merch von Ethereum, also die Umstellung von Proof of Work zu Proof of Stake. Also vom Minen zum Staken, sagen wir mal rüber. Und anscheinend sagt Gary Gensler oder die SEC generell jetzt, dass quasi dadurch durch den Merch Ethereum ein Wertpapier sein könnte. Und das wäre natürlich jetzt der absolute Knuller, wenn jetzt Ethereum angeklagt werden würde, wäre ein Wertpapier. Also das wäre auf jeden Fall, da würde ich an gar nichts mehr glauben, wirklich. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Das Ding ist ja, alle ETH-Fanboys oder ETH-Sympathisanten haben immer offen Finger auf uns gezeigt und haben uns sozusagen ausgelacht wegen der SEC. Und ich weiß nicht jetzt, ob ich das gut finden soll, wegen der SEC so irgendwie Freude oder ob ich das einfach blöd finden soll, weil für mich, das ist auch ein Unternehmen, sage ich mal, in der Kryptowelt. Und wir sollten eigentlich zusammenhalten, wenn alle mitspielen würden, nur alle spielen nicht zusammen. Natürlich sollten wir zusammenhalten. Ich finde das scheiße, also natürlich, was da abgeht, dass die SEC jetzt, also ich denke, Ethereum wird jetzt nicht das Einzige bleiben. Cardano ist ja auch noch auf der Abschlussliste. Bin ich echt nur gespannt, was da die nächsten Jahre passieren wird. Oder eher gesagt, ja, liegt natürlich auch am Ripple. Wenn das ein Präzedenzfall wird, dann wird die SEC es nicht mehr so einfach haben. Genau. Gülme kom schonar, gelin bas schonar. Heißt das so schön, das heißt, lacht dein Nachbar nicht auf und irgendwann kommt das zurück. Genau. Genau. In diesem Sinne, Leute, würde ich einfach mal sagen, mit diesem Zitat würde ich einfach mal das Video beenden und sagen, für alle, die neu sind, dürfen gerne diesen Kanal abonnieren und für alle XRP-Fans, die dürfen gerne mal auf Gefällt mir drücken. Das würde Luis und mich auf jeden Fall sehr unterstützen und ihr könntet eventuell auch ein Teil unserer Familie werden. Ja, schreibt doch mal in den Kommentaren, was ihr denkt. Wird Erfüllung jetzt angeklagt? Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Werd auch du ein Teil unserer Instagram-Gruppe XRP Deutschland und vor allem unsere kostenlose Telegram-Gruppe XRP Deutschland. Ihr seid alle herzlich willkommen. In diesem Sinne, haut rein, Leute. Haut rein.